Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Folge HTS. Heute schon wieder mit einem Halloween Event, mit den Halloween Trades, aber auch wieder nach HTS. Und zwar von Kean, also von Kean-Biooming nach Winnbach, Colorado. Die Streckenlänge beträgt 126 Meilen und sollte in zwei Stunden zwölf Minuten geschafft sein. So und damit wollen wir loslegen. So, wir haben es jetzt. Wir haben es jetzt 9 Uhr. Ja. Willkommen zur Nacht, Georgi. Schön, dass du mit an Bord bist. Ja, warum heute mal fallen so gerne rum. So, ja, das war hier. Ja, wir haben ihn nämlich schon angeliefert. Ne. Mach ich hier mal rausgucken. Noch was hier hält. Eingermaßen. Ich muss da da links nachher mal gucken, wie es da aussieht mit dem Tügelbild. Wie man das machen am dümmsten. Heute mal mit dem eigentlichen Lkw mit dem Kinnwort E. Ja, die E eigentlich nur das. Ja, oder keine E oder so. Ja, sieht das schön aus. Ja, fährt sich auch schön. War auch was anderes. Also, ich bin natürlich jetzt schon warm, mit dem wir fahren, unter Aufnahme. Aber, und hab den jetzt nicht auf Halloween eventuell rumgestalten, nur äußerlich ein bisschen in die Streben, in die Bande passen. Aber und in den Schwarz. Ja, wo ist das? Stopp. Stopp. Das ist frei. Stopp. Ich kann mal so prachtholen. Ja! Oh, ja. Ich kann mal so prachtholen. ein bisschen wüsse gehen aber ich darf ja Eine komische Verkehrsführung hier. Eine komische Verkehrsführung. Das sieht gerade aus. Ja. Gott sei Dank. Bitte rechts halten. Rechts halten, ja. Ich muss auch erst mal links rum. Ja, ja. Demnächst rechts abbiegen. Wiege nach rechts ab. Wiege nach links ab. Das ist vorbei. Hier haben wir auf die linken Seite fahren. Okay, okay, okay. Jetzt rückwärts gehen. Und schön, schön sachteil kuppeln. Fertig zum losfahren. So. Vorwärts sind drin. Und ab geht da. Ja. Den ausholen lassen wir auch hierbei. Wir müssen jetzt ja gleich hierher zurück. Ja, dann will ich mal gucken, ob ich nachher irgendwo stöhnen will. Stöhnen hellen. Ob irgendwo was hellen. Mich hinschicken kann am Bauplatz feste die Welt. Der Arm ist hierher. Ich bin schon ganz schön. Bis man natürlich auch mal einen dummen Hohen fahren. Ich sagte, ich habe jetzt in letzter Zeit eigentlich selten.. Hä? Äh. Gäbel aus Gönn. Ich habe jetzt in letzter Zeit eigentlich selten ähm.. Uhr zurückgestellte oder so verstellt. Gut, naja, das heißt, ich weiß jetzt nicht, ich hab jetzt so ganz rein nicht mehr aufgenommen. Schön, schön aufgenommen, aber reden jetzt, aber ich bin ja aufgenommen, die fahren ohne Aufnahmen. Da kann es natürlich sein, dass ich bei der Aufnahme dann doch im Mitte der Zeit durchgestellt habe. Ja, passt schon. Rot. Jawohl. Ich muss da gleich einen Weg rumstellen, oder? Wegstöhe. Erste Ausfahrt nehmen. Hm. Ne. 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 Lass uns eine neue Route finden. Ja. Oh Gott. Ja. Die Wegstechnik ist auf die andere Richtung. Dann müssen wir jetzt erstmal ... Müssen wir jetzt hier rum ... Hier raus fahren. Dann kommen da wohl noch ... Ja gut. Ja gut. Gut zu wissen. Gut, dass wir mal nachgeguckt haben. Also ... Wie gesagt. Am Kreisverkehr? Da kommt der Ausfahrt. Ja. Ich muss nach der Wegstechnik. Also sprich. Ich muss jetzt ... Hier erstmal raus. Hier erstmal raus. Da steht's schon dran da oben. Oben. Hier dran. Sorry. Tut mir leid. Hier dran. Hier blendet uns ... Bis zum an haben will das strafen ... ... ist ja nicht der Sinn der Übung ... Neue Route finden ... immer geradeaus kein problem ich finde eine neue rute so grün unsere pflicht und schuldigkeit am methan ach so warte mal hier ist ja wenn wir hier nicht gleich dieses bild machen warte mal ich darf dann kurz raus gehen das hätte man so hell vielleicht ist gut da bin ich jetzt gerade einer mal lang und weiter hier fällt da so dicht auf so denke ich mal knips und weiter geht's so es läuft ein meil jetzt habe ich jetzt hier im flug ach so rechts halten ja genau jetzt treten nimm ich rum jetzt hat es schon mal ein neues Berggeräusch und dann ausfahrt links nehmen und dann ist gut im highway das hier ist eine freunde verkehrsführung aber das ist bestimmt deswegen geschuldet weil die die kreis nicht so an die praktisch das ist bestimmt nicht so zu ihm macht so hier ist klar so hier Boah, jetzt ist es mal kolder. 75 haben wir jetzt eingeben und dann werden auch wieder um schneller fahren. Also steig ich noch mal zu, so sie aufs Gas. Ich muss jetzt schlicht ein bisschen Zeit aufholen, sonst ja die Wegschirchen so viel Zeit die kostet. Ich würde ja gerne was trinken. Oh, jetzt ist es voll umgeschubt. Es ist halt ein bisschen blöd, dass ich nur melke, wie die Flasche sehe und nicht meine richtige Trinkflasche. Aber andersrum, ich will nämlich dran den Blick immer schön gerade auszulassen, ohne irgendwie nirgendrum zu gucken. Das ist bei einer Feierbrille auch gut ein Lerneffekt. Wir haben morgen irgendwo mit der Straße einen Blick auf der Autobahn im Re-Life im richtigen Leben. Das merke ich, weil wenn ich da sehe, dass wenn die Leute da so rum gucken im Auto und so, das kenne ich auch nicht. Ich bin hier auch nicht gewöhnt. Ich gucke immer schön gerade aus auf der Straße. Oh nö, schon mal rausziehen. Tolle Sache. Die haben mich gerade erst gewogen und jetzt weiß ich mich noch mal. Die übertreiben so auch ein bisschen. Ich würde mich interessieren, nach welchen Gesichtspunkten die das machen. Deswegen. Momi-Schein, ja. Weil, ob das zufällig ist oder keine Ahnung. Weil ich bin schon mal eine Strecke gefahren. Da wollte ich nicht einmal rausziehen. Also habe ich immer grün gehabt, wenn jeder weg ist. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt sieht ich da an. Und so. 75 Dürmer, also goe mal zusätzlich erst geben. Mein LKW fährt ja nur 65 Meilen. Kann ich vorher am Bindel ratschen. Na, das hat es jetzt für echt gelohnt, echt gelohnt. La, mein Dio, von mir, mein Drekker. Na, da, 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 da. So, die U-T65, yo. 55 kommt gleich. Und jetzt kommt 55 und ich hab meine Geschwindigkeit erreicht. Jetzt hab ich den Pomaden drin, 55, also hab ich Klingas und das ist gut. Ja. Oh, ich hab bei dem Mail schon mal vergessen. Ich hoffe, dass die Relais jetzt einigermaßen nach vorne liegt. Ich muss unbedingt mal einen Bass zu spielen machen. Ich muss hier oben ein bisschen irgendwas drin machen, weil... Nimm die Ausfahrt rechts. Ach, das war ja das. Hätten wir ja nicht... Naja, nicht so früh rum ein bisschen. Naja. Ja. Nehm. Nehm. den Wartbereinungen und dann den Weggerät anengen. Ich bin jetzt in der Zeit. Ich bin jetzt in der Zeit. Hier ist es ab. Hier ist es ab. Ach übrigens. Jetzt stürzt du vielleicht nicht mehr ab. Ich will es zwar nicht beschreiten, aber... Das scheint an dem Kabel hier links zu kommen. Der Bucks hier. Da müssen wir die Knie ein bisschen geruhigt haben. Weil jetzt bin ich auf WLAN verbunden und ohne Kabel. Ich hab ein paar Bezugziehen, warum? Links zu sein. So, heute. Alles klar. Toi, 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 Ich bin jetzt schon seit einer Scheiße, Polizei, oh, was sind das, hältst du mal bitte an, danke. Sehen da, ich blinke und brauche einfach, grün, ich muss den Gas ausziehen, gerade, bitte links halten, ja, es hält gut, Ja, da haben wir es doch schon geschafft, unsere Donnerstagrunde, Quatsch, Donnerstagrunde, Sonderrunde, Das war eine schöne Fahrt. So, alles klar. Ops, Scheiße, Stich und so weiterrollt. Gut, alles klar, Arochi, mach's gut und einem abgeben. Wieso 1986, mein Perfekt, dazu wird ein Aro, passt perfekt. Gut, also dann, mach's gut und einen schönen Rest Sonntag noch. Ja, äh, was halt, nee, Rest Sonntag, ich bringe das Video um 10 raus. Also, schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal, tschüss.